Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Ich hexe uns was Tolles. Hex, Hex! Bibi Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches von ihr träumen. Ene Mene, 1, 2, 3, zeigt die lustigen Abenteuer von Bibi Blocksberg. Ich bin gespannt, was wir heute erleben werden. Hui! Mach dich mit ihr auf die Suche nach ihrem geliebten Besen Kartoffelbrei. Kartoffelbrei hat sich vielleicht selbstständig gemacht. Können Hexenbesen denn sowas? Begleite sie beim großen Flugwettbewerb. Eine Sensation, warnt sich Ado. Wie süß! Und sei dabei, wenn Bibi als Dinomutter einspringt. Na du, komm mal her. Bibi Blocksberg, Ene Mene, 1, 2, 3, jetzt im Kino. Das gucken wir uns gleich mal an!